Heavy Metal Leute, Servus und Willkommen beim Trochen. Gut, fangen wir an. Der Time of Metal. Die Band Disturbed hat ein neues Album und zwar Immortalized. Ein wahnsinnig geiles neues Album. Kam im August raus, dazu kommen wir aber gleich auch nochmal. Abschnitt 1. Die Band Gegründet wurde die Band in Chicago und zwar 1996, also etwa als ich sieben Jahre alt war. Finde ich persönlich ziemlich cool eigentlich. Die aktuelle Besetzung ist David Drayman, Dan Donger, Mike Van Green. Dann gab es den Steve genannt Fussy, Kmak heißt der mit Nachnamen, der anscheinend 2004 von der Band ausgeschieden ist. Die aktuelle Besetzung ist genau die gleiche, also kurz um der Dave, der Dan, der Mike. Allerdings ist natürlich der Steve bzw. der Fussy nicht mehr dabei. Wurde von John Moyer übernommen. Gut, das Genre. Eigentlich Heavy Metal. Die haben aber auch einen Hang zum New Metal. So, damit sind wir bei der Band auch schon durch. Abschnitt 2. Der Abschnitt 2 fängt an mit das Album Immortalized. Das Album ist am 21.08.2016, also letztes Jahr, rausgekommen. Persönliche Meinung zum Album. Also das Immortalized ist auf jeden Fall ein saugeiles Album. Eines meiner Lieblingslieder ist auf jeden Fall das Lied Nummer 5, The Light. So, ansonsten gibt es natürlich noch das Lied Nummer 11, das ich jetzt besonders hervorheben möchte. Das ist das Sound of Silence. Das Album selber vom Design her finde ich extrem genial gelungen. Es ist diese fiese Fratze. Natürlich hat man wieder oben den Disturbed-Schriftzug, unten das Immortal-Schriftzug. So, damit sind wir im letzten Abschnitt. Das Einzige, was ich wirklich aus ihnen rausgekriegt habe, war, dass Sound of Silence einfach unglaublich geil ist und dass es jedem gut gefallen hat. Das neue Album hat noch keiner von ihnen gehört und deswegen können sie nur sowas zum Sound of Silence sagen. Dann findet ihr jetzt um mich herum noch Links zu meinem Haupt- und meinem Zweitkanal. Da mache ich aktuell wieder Skyrim. Zu kaufen und ins Regal zu stellen ist auf jeden Fall schön und es ist auf jeden Fall schick. Wäre vielleicht ein bisschen cooler gekommen, weil Sound of Silence ja eher so weihnachtlich ist, passt ja eher zu Weihnachten. Ich sitze hier mit dem Ständer. Das ist ganz einfach zu erklären. Ich sitze hier mit dem Ständer, weil die einfach so ultra geil sind. Ich sitze hier mit dem Ständer. Und wir haben das einfach nur die ganze Zeit. Das geht einfach immer.